Beleidigungen mal beiseite, Richtofen. Ich kann Ihnen versichern, dass die Fortschritte in unserer Mondanlage unsere Pläne nur beschleunigt haben. Aha, Feilkreiskarte. 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 Dreieckkreisregal. Altstopp, nein. Feilkreisregal. Feilkreisregal. Kommt das R da zum Fall. Okay, Leute, läuft, 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 läuft. Ach ja, jetzt alle springen, springen. Ja, Slushy, GG. Slushy ist jetzt dripped. Ich nehme den Zombie. Haut ihr ab. Ja, der Zombie, ja, GG. Er ist tot, er ist tot, er ist tot, alles gut. Boah, ist nicht mehr hoch. Ja, und jetzt ist Slushy da. Super. Run. Was kommt jetzt nochmal? Äh, genau, Sicherung einsetzen. Es geht zur Sicherung und so, ich mach das schnell mit dem Code. Test angeschossen. Alter, ist der stark. Ist ja der Doppelkorn, ist ja richtig zufällig, Mann. Doppelkorn, Alter, holy shit, Digga. Was ziehst du dir rein? Das war Feilkreisregal, ne? Ja. Gut. Hau ich jetzt ab, höchst nicht, hau ich ab. Hey Max, aber mit Energy schmeckt das gar nicht mal so schlecht. Die rasten halt beide komplett aus, okay. Hallo, Feilkreisregal. Hab alles genommen, kann alles platzieren. Nice. Habt ihr den Code, habt ihr den Code gemacht? Ja, wir haben alles, wir haben auch die Sicherung drin. Ähm, kommt jetzt das Spiel? Ja, ist alles schon an, ja, ich komm ruhig. Ihr müsst aber wieder auf Destroy schalten, ne? Ja, hab ich. Ähm, ich mach hier das Spiel, ne? Ja, ich mach hier. Äh, der Zombie respawnt gerade, passt auf. Ja, alles gut. Feil, jetzt seid mal kurz leise, Blitz, Feil, nein Digga, was? Blitz. Soll das Toxic machen, vielleicht? Warte, sag mal leise, Blitzregal, Feilkreis, Blitzregal, Feilkreis, Blitzregal, Feilkreis. Ich sag gar nicht Digga. Ist doch eben. Ich bin nicht so ein Merker, ne? Litzregal. Litzregal. Litzregal, Feil. Ne. Läuft. Okay, hab's. Das erste hast du, ja? Alter Max. Dann musst du jetzt runter, ne? Ne, 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 irgendeiner ist schon bei der Raketenbasis. Ach so, ja dann machst du's, ne? Wer ist, wer, wer ist da unten? Ich. Mach, mach, machst du das. Diamant, Blitz, Kreis, Regal. Diamant, Blitz, Kreis, Regal. Wo ist dein Wunder, Fitz? Samantha. Ja, stimmt. Ne, warte, ich hab schon vier Perks, ne? Hier kann man nicht fünf bekommen, oder? Ne. Nur halt über Kaugummis, ne? Ja, hab ich nicht. Ja, dann kann ich mit Kaugummi und vielleicht krieg ich Phoenix aus der Arsche schon. Das wär natürlich scheiße. Wie alt seid ihr denn alle, wenn ich das mal so in die Runde frage? 20. Toxic, du bist keine 20, oder? Ich bin 20, Digga. Du bist 20 Jahre, Digga, lol. Ich hab gedacht, ich bin der Älteste von uns allen, Digga. Da bist du ja... Wann hast du Geburtstag? 22. Mai. Ich hab März, also bin ich älter, ne? Ja. Ich hab auch März, ne? Lol, GG. Welchen März denn? Nora hat auch März. Ach, schüch, Digga. So viele mit dem März Geburtstag, total verrückt. Schüch, Digga. Ne, hier, die haben hier im Test auch voll viele am März Geburtstag. Achso, ich hol mal Dingens runter, ne? Ich bin einfach der älteste Spacko, außer Boren, Bonus halt schon, ne? Äh, Dempsey kommt. Bonus halt schon uralt, aber... Dempsey kommt. Ich bin einfach... Ah, Dempsey kommt schon! Ja, wir müssen jetzt nächste Runde. Ja, chill mal noch nicht, oder? Ja, wir müssen das Spiel jetzt nochmal spielen. Hä, warum? Natürlich spielen. Oh, wir müssen nochmal anporten. Achja. Ja. Ja, dann go, ne? Er hat den Schuss. Hallo, Dempsey! Pssst! Oh, ich guck, ich watch wieder Kirche. Sexy, ne? Ja, richtig geil, Alter. Ne, der Voltbomb find ich auch noch gut. Äh, ist zu geil. Leute, ich geh wieder in die Spawn-Region, ja? Ciao. Ja, ich bin die Kirche. Hä? Oh! Magst auch mal wer halt sexy, ne? Ja, ne? Ey, ich hab halt wieder One-Power-Kaugum, obwohl ich schon eine gepunchte Rache hab. Ey, ich hab tägliche Herausforderungen abgeschlossen. Hä? Oh, oh. Wie viele Perks hattest du? Eins. Alles gut, keine Sorge. Ja, ja, Nogger halt. Mach's sonst... Entweder dein Freudenburg oder Dingens hier. Wie heißt... Äh... Ragnarok. Ragnarok hab ich schon. Haben wir schon fertig. Ne, ne. Er meinte jetzt... Hardy, hast du's gefunden? Ne, ne, noch nicht. Ich such gerade. Reifen ist nicht, Holzkiste ist nicht. Ja, dann Globus und so. Globus hab ich gecheckt. Es ist hier das Telefon. Nice. Okay. Ich check den Globus vielleicht direkt. Keiner. Okay, ich schau bei der Uhr. Ich hab's. Nice. Ich find das Magazin bei der KNU heftig. 6 Knarre 25. Jo, meine Knarre hat sich gleich abgebraucht. So, warte. Wir haben jetzt 2... Reifen hab ich. Ich wär dann 40. So, wie alt bist du? Das ist das Cinema? Ja, 40. So, dann haben wir... 54. Ab die Uhr. Jo, Leute. Wir müssen uns Runde 70 schaffen. Dann haben wir genau unser Alter komplett. Nice. Ja, Herrmann, Alter. Nice. Okay, Leute. Ab zum Teleporter. Kein Max Amo. Ab zum Teleporter, Boys. Und zwar alle. Danke. Warte, ich bin mit meinem Nogger. Und ich bin nicht mehr so gut auf dem Bein, Alter. Ich bekomme Mule Cake, Alter. Soll ich Mule Cake mitnehmen? Nee, Mann. Ist nicht Raph. Warte, ich hol mir kurz Mundi für meine KRM, ey. Ist ja schuldig. Oh doch, ist eigentlich Raph. Ah, die KRM kann ich halt gegen Bidos bebrauchen. Aber gegen halt... Gegen... Ja, gegen die Dingens hab ich ja weiter. Alles gut. KRM? Was war das? Shotgun. Quick Rival. Stimmende. Hä? Ja, die Shotgun halt, die geile. Ja, stimmt. Ihr seid gut gegen Panzersoldaten, ey. Gegen alles gut. Und still, Warr. Boah, das kommt passend, ne? Für Kinder. Ich bin kein Kind. Komm schon mal ran auf Meter. Bisschen schneller, wenns geht. Jo, chill mal. Erstmal Kaugummis. Echt mal, Leute. Ich hab schon schon noch was vor. Was für vor, Digga. Das geht bei mir ab, Mann. Warte, ich komme. So, jede Teleportation einen kurzen, ne? Alright. Wissen wir Bescheid, Digga. Ah, los geht's, Alter. Ja, warte, ich bin ja nicht da. Chillt mal, eure Kirmis. What the fuck? Wo bist du, Hardy? Ich? Ich hab noch ein paar Perks gegönnt. Das hätte sie alles gleich machen können. Was für gleich, Mann. Wow. Das war really ne... Alter. Hardy, man. Schon wieder. Ist das schon wieder passiert? Erwisch ich dich ja schon wieder bei, Alter. Wummelz. Wobei. Wobei. Hier beim Tee trinken. Hier beim Tee trinken. Ja, wow. Ihr müsst jetzt normal machen. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir... Ach, fuck, Alter. Oh mein Gott, Hardy. Du bist so scheiße, Alter. Alter. Digga, es ist spät. Warte, damit nichts zu tun. Nein, hast du Tee getrunken? Hab's erst. Na, na klar, Digga. Deswegen. Deswegen. Hast du wieder Facebook? Max, dein Lied. Deine Musik. Bei mir ist es lächeln. Ich bin eh nur bei der einen Uhr. Hm? Äh, wir können rumschreien, Alter. Meine Eltern, in mein Zimmer kann ich rumschreien. Und meine Eltern juckt das nicht, weil die schlafen wie sonst was. Ich hab doch Musik richtig laut. Ich hab das nicht so gut rumschreien. Na, nehmt weg mal. Ah, ist abgestuft. Ich bin gehyper. Ich hab das E-Stack, easy. ich weiß es zu schätzen ich kann kein schritt von dem ist jetzt auch wieder das spiel machen ja ich gehe ich gehe zum spawnen ich kann mir drei waffen besorgen alter schüschtiger telefon jetzt kommt alle runter alle go ja ach so du hast telefon gesagt weil es das teil ist ich dachte bei dir klingeln klar digga ich werde jeden tag von leuten angerufen ruf mich an locker digga locker ruf mich an jetzt könnte man hier so eine nummer einspielen aber ich lass es mal ich habe die so schnell genommen der kasten war nicht mal auf weißt du deswegen und da war halt keine drin so ganz gesundheit mahlzeit stirbt dran was haben die eigentlich in der hand die leute gar nichts ne wir haben alle nichts in der hand ich hab meinen penis in der hand schau dir mal den arschi an alter ihr habt ja alle euren penis in der hand wir haben alle alle tricks geguckt ja alter los läuft 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 meine frage ah ne nicht hin nicht hin vorbeilaufen das ist der der so schnell stirbt fuck ne wir kommen doch rauf also ja er findet er zündet halt übel früh nicht in die richtung laufen leute die richtung ist kaputt bei euch die runde ist eh noch voll am start man du stirbst haupt schockst hä warum stirb ich wen meinst du haupt hab die runde drin ich weiß nicht warum ich laufe alter heavy warum du nicht leist digga ich bin so ein noob alter ey leute lol er soll mir denn jetzt lol 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 ah die ist halt immens kacke lol ja ach alter er pullt den panzer und wundert sich da wo gestürmt lol der hat mich ja grad ja ey der hat mich ja grad übel weggenascht ich hol dich ich hol dich er benutzt den ragnaröcke alter ok die offen faro ich hab Popshops digga hä digga jetzt hab ich ja grad komplett verkackt auf allen auf allen Ebenen lol die kallen sind nicht an Ebenen mir ging es gut was das denn hast du ihn mit der kralle gegeben alter was geht hier ab man ich digga mich hat's halt grad komplett aus dem Leben zermorscht holy shit ich hab halt grade 5 Perks gerippt gg hä ich hab nur 4 gerippt was da los nur 4 also ich hab 3 geritten hä 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 warum rufst du den schon ok Toxic hat halt richtig bock ne hä haben wir die grade schon ne hä nein aber wir können diesen Schritt schonmal machen ok jetzt alle ach god wie läuft der jetzt wieder ich hab halt schon bock auf nuggern ne wer ist der hier ja hol den nuggern 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 dir ich weiß ja wo ist der Typ jetzt hinten ja der checkt wieder durch Wände beruhig dich ja ich war hier grade der geht neben spawn der geht neben spawn der geht neben spawn ja 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 blau wolfsbogen wolfsbogen hä das ist noch nicht der wolfsbogen doch das ist der wolfsbogen nein das ist der elektro echt elektro oh nein blau ist noch nicht wolf ja aber der wolfs ist halt auch so hellblau ne und umgeltblau ist halt blitz ja ja das ist die wolfsbogen ja ne es sind aber tatsächlich meine war da my bad sorry ja ist Bowie Messer noch stark ne ne Bowie Messer kannst du weg hauen naja aber warum hab ich's mir da gekauft was sagt ja ich kauf's mir mal aus Deko der ist schon längst weg ah lol der haut schon rein ok weil wo ist er denn hinten alter hey wo checkt denn der lang schon wieder ach gosh der der geht ins Mute ja auch jemand hat schon voll what the fuck leute was denn man sagt euch etwas ich hab nicht aufgekauft ich hab nicht aufgekauft oh der Dixer überspringt einfach schon wieder in Mule Kick der gibt wohl gar keinen Fick alter der gibt wohl gar keinen Fick alter der gibt wohl fucks reden alter wenn er das jetzt wahrscheinlich ne ne er checkt hier langs ja ich jetzt muss Void bogen das Ding ist wirklich hässlich ich hab keine Zombies nicht ich hau mal kurz rein ne ciao ja denn mal du hast kein Zombies Schild oh soll ich holen gehen ja nein warte hier du musst doch jetzt du musst tönen lustig ohne Zombies die ist ja nichts los Mann da nimmt ihn doch eins der hat ja Dixer ist ja nichts los Mann da nimmt ihn doch nichts der hat sowieso nicht Rennen runter so ausgewohlen, Alter. Ich bin gleich wieder da. Du willst immer F drücken, ne? Warum? Wie ein CSGO. Ja, VW. Oh, Max, jetzt komm ran. Wo müssen wir jetzt hin? Der füllt hier immer noch. Achso. Wenn wir danach hin müssen, keine Ahnung. Aber schon. Jetzt sagt er es nicht. Ja, Kirche. Ne, ne, oben. Also, oh lol. Ja, Kirche. Ja, das war der scheiß Dämpste, Alter. Jetzt muss Wolfsburg wahrscheinlich, ne? Feuer war auch noch nicht dran. Ja, Feuer, Feuer oder Wolf. It's me, Mario. Ja, Alter, ich bin einfach der Letzte. Der Panzer kommt. Toxic, machst du das? Ah, wo ist er denn? Der spawnt auf jeden Fall gerade. Hä? Ich hab den Sound gehört, der kommt gerade. Wenn ich weiß, wo er ist, kann ich ihn schnell stoppen. Genau. Stimmt, Leute. Geh ihn einfach suchen. Nice, dann macht das fix. Komm, 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 komm. Alter, das ist sogar perfekt gerade. Leute, der checkt schon weiter. Leute, der checkt schon weiter. What the fuck? Ich weiß nicht, ob wir noch nicht nachkommen. Ja, der checkt aber schon. Der kommt aber zu mir und ich muss da sowieso. Ja, dann warten wir kurz, Leute. Ja, dann mach mal hin. Wir müssen ihm erfolgen. Ja, ne, müssen wir nicht, Digga. Digga, bist du da? Oh, ne. Gibt ihr Perks? Gibt ihr Perks? Gibt ihr Perks? So viel da. Äh, nach links. Den da. Nicht den vor dir, sondern den hier. Oh, erzeug ich mir das letzte Mal Perks. Ja, davon noch einer. What the fuck? Oh mein Gott, noch einer. Egal, den. Können wir den killen? Ja, natürlich. Den müssen wir sogar killen. Perfekt, wirklich schlecht. Now you see me, now you don't. Mein Lamborghini. La, Lamborghini. Hört ihr das? Hört ihr mich gepopst? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab gerade klickt mit mir selber. Ey, hier sind wir da verliebt. Wo? Ja. Wieso? Am Spawn? Am Spawn chillst du? Ja, wow. Am Spawn. Ich wollte glücklich Double Points auf dem Ding. Was soll ich mit dem? Hau mal, man. Ja, ich renne jetzt rum. Ich will über meine Perks. Oh, Jungs. Der verfolgt mich immer noch. Ja, ist schön. Da töte ihn. Ach so, kann ich. Ja, den kannst du killen. Lol. Runde ist vorbei. Wir haben doch schon die Kralle. Haben wir die Kralle? Ja. Ja. Alle auf dem Kopf jetzt. Automatisch. Ja. Nice. Ich geh mal kurz Perks chillen. Ja, der ist K.O. Drop den Perk? Ne, natürlich nicht. Doch, Maximale Munition. Drop den Perk, ja doch. Maximale Munition. Okay. Geiles Perk, Digga. Ey, ist ein Perk. Ey, ist ein Perk. Power Up. Was? Können wir eigentlich dann eigentlich schon durch? Wir können jetzt schon springen, wenn wir Bock haben. Ah ne, wir müssen erstmal den letzten füllen, Digga. Wir sind gerade dabei. Aber dann können wir... Dann können wir losgehen. Ja, den Seelbehälter füllen und abkommen. Seelbehälter füllen? Ja, ist ein Seelbehälter füllen, ne? Bitte was? Hallo? Digga, warte. Ja, was ist denn, Mann? Hör ich das richtig raus? Hallo? Ja, was ist das sonst? Retarded? Ja, was für... Ich weiß gar nicht, was ihr überhaupt meint. Ich auch nicht. Ich bin gerade richtig... Ja, ich... Was ist denn in die Pyramide kommt noch? Da kommt mein... Dulli rein. Ich wusste halt, dass es von ihm kommt, man. Der kann nur über seinen Penis reden, Alter. Astration. Penis? Ich hab was anderes, Alter. Achso, ne Hydra. Nein. Ich hab die Hydra. Toxik hat die Hydra. Ey. Zweiköpfige Schlange, Alter. Leute, hier ist die Lasershow am Start. Kommt mal her. Wir haben ihn. Lasershow, schüch, Digga. Tout fo06. Tak! Bis zum nächsten Mal.